Hallo, dieses Mal möchte ich mich ein bisschen mit ein paar Tools für Twitter auseinandersetzen. Als erstes habe ich mir mal TweetDeck angesehen. Da kann man sich dann mit seinem Twitter-Account anmelden und kriegt so diese Elemente. Die kann man eigentlich alle löschen. Die helfen einem nicht, nehmen nur Platz weg. Wenn ich ein Thema oder einen Benutzer beobachten möchte, dann kann ich den hier über Add Column einfach hinzufügen. Also Themen laufen am besten über die Suche. Da kann ich dann eben einen Suchbegriff mir aussuchen, wie zum Beispiel O-Sint. Und auf das Suchen klicken und dann bekomme ich das hier. Hier kann ich weitere Einstellungen vornehmen, indem ich zum Beispiel sage, das Ganze soll lokalisiert sein. Oder ich möchte nur bestimmte Tweet-Autoren zu dem Thema lesen. Oder ich möchte, dass es zumindest mal ein Like bekommen hat, weil es sonst sowieso vollkommen uninteressant ist. Und je nachdem wird sich hier unten dann diese Liste eben ändern. Damit ich wieder mehr Platz habe, kann ich das hier oben auch einfach zuklappen. Also das wäre die Suche nach irgendwelchen Themen. Und da kann ich halt verschiedene Reiter aufmachen und so mehr auf einen Blick haben. Ich kann natürlich trotzdem weiterhin die Trends da haben oder auch sagen, ich will die Trends auch nicht mehr. Ich kann das Ganze auch umsortieren, hier mit diesem Pfeiltasten, den ich hier nach links oder nach rechts verschiebe. Und wenn man Personen suchen möchte, dann kann man einfach die Listen-Funktion nehmen. Diese Listen, die findet man hier eben unter List. Dann habe ich hier eben diese Möglichkeit mit Listen umzugehen. Kann hier eine neue Liste annehmen. Kann hier einen Namen geben. Meine tolle Liste. Beschreibung angeben. Und ich kann sie privat schalten, dass sie kein anderer sehen kann. Next. Und dann habe ich hier eben meine Liste. Und kann hier unter Suggested eben jetzt Nutzer hinzufügen. Zum Beispiel add osint kurios und dann eben, was weiß ich, add osint technics und osint und was weiß ich. Und kann die eben hier hinzufügen. Und unter Members könnte ich sie dann auch wieder löschen, wenn ich sie doch nicht drin haben will. Und dann habe ich dann. Und dann habe ich hier meine Liste eben drin. Und dann kann ich wieder ins Tweet-Tech hinübergehen. Kann eben eine neue Liste hinzufügen. Ich habe jetzt hier eben zwei Listen. Ich nehme mal die, add column. Und dann ist sie auch schon hier. Und auch hier habe ich wieder verschiedene Einstellungen, wo ich eben nochmal sagen kann, möchte ich wirklich alle Tweets oder möchte ich nur die Tweets mitbildern. Und möchte ich auch Retweets oder will ich sie nicht. Und sollen irgendwelche Worte drin vorkommen. Und interessieren mich vielleicht doch nur noch irgendwelche Autoren, die hier in der Liste sind. Und ich kann einstellen, wie Großmedien dargestellt werden sollen. Ein weiteres Tool ist Social Bearing, was nicht uninteressant ist. Hier kann ich zum Beispiel Keywords eingeben oder auch Nutzer. Fangen wir mal mit Keywords an. Und dann bekomme ich halt so eine Analyse zu diesem Thema. Also er sagt hier, die letzten 53 Minuten, so war die Stimmung. Waren es Tweets oder Replies? Wo kamen sie her? Also von welchen Geräten? Welche Sprachen? Welche Domains wurden verlinkt? Und so weiter. Und hier unten sehe ich dann noch Hashtags, die mit diesem Hashtag gleichzeitig genutzt wurden. Ja. Und auf der linken Seite habe ich eben Filtermöglichkeiten, in denen ich einstellen kann, was ich denn genau haben möchte. Welchen Sprachen ich das haben möchte. Wie viele Retweets das haben sollte. Genau. Also im Endeffekt, hier habe ich noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, um das zu untersuchen. Und genauso kann ich hier nach irgendeinem Nutzer suchen, wie Oh, sind Curious. Ja, und da hat er jetzt halt hier die letzten 228 Tage analysiert. Und auch hier sieht man eben diese gleichen Informationen. Und hier links hat man auch die Filtermöglichkeiten. Was auch recht interessant ist, ist Tweetbeaver. Hier kann ich zum Beispiel die ID eines Namens herausfinden. Den Namen kann man ja jederzeit ändern. Die ID nicht, die bleibt einmalig. Genauso umgekehrt kann ich zu einer ID immer den aktuellen Namen finden. Und ich kann gucken, ob Accounts einander folgen. Und auch hier muss ich mich mit Twitter einfach einloggen und fertig. Also auch eine interessante Sache. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Tools. Das soll nur ein erster Einstieg sein. Werde ich wahrscheinlich irgendwann wieder ein weiteres Video machen. Das war es soweit. Macht's gut. Ciao, ciao.